Einen wunderschönen guten Tag hier auf Nostarafortz in der Elite, elitären Elite-Gruppe. Wie dem auch sei, ich gucke hier gerade Johnny Geiger, so ein Skater-Dude und in letzter Zeit gibt es so den Trend, dass man unbedingt neue Tricks erfinden möchte beim Skateboardfahren und ich habe mir überlegt, das kann ich auch. Die Idee ist, dass ihr zuerst in die Kommentare möglichst absurde Worte schreibt und aus fünf diesen Worten, ich versuche fünf, werde ich dann einen Namen für einen Trick erfinden, oder mir aussuchen, zusammenbasteln und dann werde ich on the street mir irgendeinen Scheiß-Trick aus dem Arsch leiern, der noch nie gemacht wurde und dann benenne ich den und dann ist das ganz toll, dann haben wir den offiziellen Nostarafortz-Trick auf dem Skateboard, das wird ganz tolli. Ja, weil hier gibt es halt, da sind vorhandene Tricks, die dann einfach so mit noch einer eingebauten halben Körperdrehung, ist dann direkt ein neuer Trick und dann wird der benannt und dann heißt der übelst Crazy Fancy und ich lasse mir da was ganz Tolles einfallen, vielleicht auch was übrigens Abgefucktes mit den Händen noch eingebaut oder so. So, und jetzt schreibt ganz tolle, ich weiß schon, da wird richtig gut Nostarafortz, beste Kanal, beste Kommentare, ich weiß, da wird richtig gutes Material rumkommen und dann überlege ich mir einen Trick dazu und dann wird das.